Hey Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie ich als Blinder Dosen öffne. Los geht's! Ich habe einen elektrischen Dosenöffner, den ich auf die Dose setze und anschließend den Schalter betätige. Der Dosenöffner macht eine 360-Grad-Drehung und öffnet die Dose selbstständig. Nach einem Klick weiß ich, dass die Dose geöffnet ist. Durch einen Magneten hebe ich den Deckel mit an. So ist die Dose auch wieder verschließbar. Bis zum nächsten Mal. Herzrot plus weg!